Und zwar mit dem Balkon. Oder kann ich da unten... Ah, Geländer. Aber nicht runterwerfen, oder? Ah, einfach dagegen treten, okay. Bruce, hast du deinen Plan für den Attacken formuliert? Ich gehe rein. Sehr gut, Sir. Ja, jetzt wird die Rechnung beglichen. Jetzt bin ich gespannt. Komm, es ist wieder ein Haufen Quick-Time-Events. Wuppa! Nummer zwei. Nummer drei. Und Nummer vier. Oh, da ist mein Lampenplan ausgewichen. Ah, der süße Klang meines guten Rufs. Du willst mir ernsthaft erzählen, dass die jetzt nicht bewaffnet sind? Wupp! Ich bin nicht gut in Quick-Time-Events normalerweise. Da lasse ich immer ein bisschen nach, aber... Hier ist es mal im Moment zumindest noch ziemlich einfach gehalten. Autsch! Oh, was ist denn das für einer? Wow! Haha, das ist ja klar. Vollidiot. Ach, was? Das beruht auf Gegenseitigkeit. Du meine Party, ich deine Party. Und abwärts, Freundchen. Oder euch. Aufwärts. Autsch! Wie geht's denn? Du kannst nicht auf mich stecken. Ich auf mich. Schnell, die Kamera rausschalten. Wupp! Ja, natürlich funktioniert das nicht. Wo werfen wir dich denn rein? In deiner geliebten Fernseher. Ja, klar, der hat einen Sentry hier. Abschluss hieb. Das ist auch nur einiges zum Lernen, mein Freund. Ich komme niemals herein zu so einer Party. Ich bin eher der weniger Gewaltbereiter. Wir machen jetzt einen Optak, nicht? Die Kameraden. Wo sind sie? Was? Ich habe deine Telefonkarte in den Docken gefunden. Die weißen Räume. Und wird es auch nicht sein. Ich bin. Das Fakoni verhaften. Misshandeln. Ab! Ich muss mir noch einen guten Ruf aufbauen. Oh je. Gut, nichts mehr mit verhaften oder so. Wenn wir direkt schießen. Das heißt Alfred hat laut dem Foto auch davon gewusst. Feuer und Schmuck könnten aus dem Street-Level sehen. Heute, der Skyline Club, ein High-Rise-Mafia-Hangout in Downtown Gotham, war die Arena für einen Krieg zwischen dem notoriousen Batman und dem allgemeinen Mob-Boss Carmine Falcone, der über eine 50-Store-Drop gefunden hat. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long, long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises tower was a reassuring site. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, Whoever fabricated these lies about my family, they will get what they deserve. Understood? In a world where the Waynes, our golden family are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham, is that the Waynes time in the sun, is ending. Suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything! I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die. If Falcone is telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, I... What have you been hiding from me? Alfred! Governoriver! Ari, We're getting excited! We're getting excited! I learned that I will come back to do so well. based on the next episode. I know, what are we doing? M Time! Everybody is okay! Can this point out for you? I missed some fun. At the time. We were played outside cloak. der Spieler trotzten Falcone und diesen HW am Treffen teilnehmen. Stimmt. Ich finde das ist auch einfach die beste Lösung, weil mit dem will ich nichts zu tun haben, wirklich nicht. Hast du Vicky einen Kommentar für ihre Story gegeben? Natürlich. Du und 88,8 Prozent der Spieler gaben Vicky den Kommentar, dass die Korruptionsgeschichte reine Erfindung ist. Hast du den Schützen am Dock den Arm gebrochen? Das ist interessant. Ziemlich genau die Hälfte eigentlich hat ihn tatsächlich den Arm gebrochen. Du und 50,9 Prozent der Spieler ließen beim Verhör des Dockschützen Gnade walten. Das finde ich mal interessant sogar. Wem hast du den Falcone? Wunderschön übersetzt. Du und 71,4 Prozent der Spieler haben die Informationen über Falcone Lieutenant Gordon gegeben, statt sie über Wikivale öffentlich zu machen. Ja, ich bin eigentlich immer in der größeren Menge dabei, oder? Ich glaube, ich spiele so richtig Mainstream hier. Was hat Batman am Ende mit Falcone gemacht? Du und 82,1 Prozent der Spieler hielten sich zurück und übergaben Falcone ohne eingekommtes Haar an die Polizei. Ja, eindeutig immer auf der großen Seite, wo irgendwie alle sind. Aber macht ihr nichts. Jeder soll so spielen, wie er will. Wenn deine Eltern sterben, haben sie mich als Geheimdiener des Hauses, ihrem Sohn und und ihre Geheimdiener des Geheimdieners. Ich würde sie niemals betrachten. Deine Eltern waren gute Leute, Bruce. Kein Problem, was dieser Falcone gesagt hat. Dann schweig mir, dass es keine Wahrheit gibt. Die Wahrheit, die mir auf Falcone gebracht hat, ist. Ich liebe dich. Bruce, der Wain-Name ist Toxic. Ich muss machen, was für meine Kampagne ist. Was für Gotham ist. Ich muss... ...distance mich. Ich werde die Wahrheit finden. Und mit jemandem, der in meinem Weg steht. Dem ist er älter. Ach, demnächst. Ja, Gott sei Dank. Na, wenn es so ist, dann findet die Bilder interessant. Kinder von Arkham. Da haben wir unseren lieben Freund Cobblepot. Gordon, der jemanden verhaftet. Vom Anzug her würde ich sagen Cobblepot. Und nochmal Batman. Fünf Episoden haben wir hier. Eine haben wir gesehen. Und auf die anderen freue ich mich schon. Dann würde ich sagen Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns, sobald die nächste Episode draußen ist. Oder bei einem anderen Video wieder. Bis dann Leute. Ciao. Ciao.